In diesem Video geht es um die besten drei Einbaubeg-Ofen. Der erste Platz das High-End-Produkt. Durch die Zugabe von Dampf kannst du zu Hause köstliche Muffins und Törtchen mit dem Stimbeg-Ofen zubereiten. Du erhältst gleichmäßige Bäckergebnisse, auch wenn du Brathähnchen, Lasagne und Fisch zubereitest. Ein Knopfdruck genügt, um eine knusprige Außenseite und ein weiches Inneres zu erhalten. Unser Ofen ist selbstreinigend, und der Dampf löst hartnäckiges Fett und Rückstände auf den Oberflächen. So kannst du auf natürliche Weise eine einfache Reinigung erzielen. Mit unserem LED-Timer-Display kannst du deine Rezepte leicht überwachen. Du kannst die genauen Garzeiten einfach einstellen und die Gerichte während des Kochens überwachen. Das ermöglicht dir die volle Kontrolle über den Ofen, um in der Küche kreativ zu werden. Unser System lässt die Wärme im Ofen zirkulieren und gewährleistet so eine gleichmäßige Garung, ohne die Lebensmittel umdrehen zu müssen. Unsere Technologie heizt den Ofen schnell auf, sodass du Zeit und Energie sparen kannst. Erlebe gleichmäßiges Kochen durch die Multi-Level-Garung. Die zusätzliche Umluftheizung ermöglicht eine gleichmäßige Garung auf drei Ebenen perfekt für schmelzende Kekse und köstliche Torten. Jetzt direkt sparen. Der Link zum Produkt ist unten in der Videobeschreibung. Der zweite Platz der Preis-Leistungssieger. Dieser Konvektionsofen 300 heizt schneller auf als herkömmliche Öfen. Der Ventilator verteilt die Wärme im gesamten Ofen, sodass deine Gerichte schnell und gleichmäßig garen können. Jetzt kannst du großartige Kekse backen, ohne sie in der Mitte umdrehen zu müssen. Das Reinigen nach dem Kochen muss nicht zwangsläufig mühsam sein, unser Ofen ist selbstreinigend, und der Dampf löst hartnäckiges Fett und Rückstände auf den Oberflächen. So kannst du auf natürliche Weise eine einfache Reinigung erzielen. Unser Timer hält dich bei den Rezepten auf dem Laufenden. Einfach den Timer einstellen, und er erinnert dich daran, wenn die Zeit abgelaufen ist, denn auch eine Minute kann den Unterschied machen. Vom knusprigen Speck bis zum goldenen Mozzarella erhalte dies durch die Crème-Methode, ideal zum Zubereiten von knusprigen Hähnchenflügeln oder schmelzendem Käse. Dank unserer XL-Backform kannst du optimale Mengen auf einmal zubereiten und den Umfang deiner köstlichen Kreationen erweitern. Widme dich der Zubereitung von weichen Cook-Kakis für den Snack oder einem großen Braten für ein Abendessen mit Freunden, denn Raum bedeutet köstliche Rezepte. Der dritte Platz das Sparprodukt. Statische Funktion ermöglicht das Aktivieren der Ober- und Unterhitze deines Candy-Elektroherz, um Hähnchen, Kekse und gebackene Äpfel zuzubereiten. Ventilation ermöglicht das gleichmäßige Garen von köstlichem Fisch durch die Verwendung des Lüfters, der die Wärme gleichmäßig verteilt. Grill eignet sich für das Braten von rotem Fleisch für eine perfekte Bräunung und Knusprigkeit außen. Pizza wurde entwickelt, um die gleichen Backbedingungen wie bei Holzöfen zu schaffen. Cook-Light, durch diese Funktion kannst du gesünder kochen, indem du die Menge an Öl oder Fett im Gericht reduzierst.